Bioshock Infinite Entschuldigung, ist es Booker DeWitt? Ich glaube, ihr erwartet mich? Die Stärke von Bioshock Infinite ist und das ist die Welt. Die Welt von Bioshock Infinite ist, anders als in Bioshock, nicht zerstört. Also, man hat hier bzw. man soll den Eindruck einer lebendigen und florierenden Welt vermittelt bekommen. Und das funktioniert auch ziemlich gut und es ist wirklich... Also, die Atmosphäre ist einfach hervorragend. Es ist alles sehr stimmig und macht viel Spaß, sich einfach auch mal umzusehen. Oftmals wird man in so Szenen wie bei der ersten Landung mehr oder weniger durchgeführt. Teilweise hat man auch die Möglichkeit, sich etwas freier umzusehen und selber mal hier und dort zu schauen, was es an schönen Szenen gibt. Das zieht sich durchs ganze Spiel durch. Also, nicht nur am Anfang, sondern auch später. Immer wieder kommen Stellen, bei denen man einfach hinschaut und begeistert ist von dem, was man zu sehen bekommt. Bisschen problematisch und ich habe es extra nicht rausgeschnitten am Anfang, es gibt FPS-Probleme immer noch. Gerade Nvidia-Karten tun sich da etwas schwierig und das sind sehr zufällige FPS-Probleme, die nicht unbedingt mit der Hardware zusammenhängen, sondern das sind Treiber- und kompatible ECS-Probleme, die immer mehr behoben worden sind. Selbst als es später düster wird im Spiel, ist es immer noch sehr schön. Da verwundern auch liebevolle Details wie dieser Kolibri nicht. Im Spielprinzip selbst hat sich jetzt nicht besonders viel geändert. Man hat immer noch im Grunde genommen einen Shooter mit den Zusätzen, so etwas wie Magie benutzen zu können. Im ersten Teil hießen die Plasmids, jetzt sind sie Vigors, also quasi Fertigkeiten, die man neben Waffen einsetzen kann. Wenn man etwas Neues bekommt, wie zum Beispiel diesen Schild, dann bekommt man auch direkt danach eine im Spiel ablaufende Videosequenz. Wenn sie einem erklärt, wie die jeweils neue Fertigkeit funktioniert, was sie tut, was man damit machen kann. Ich persönlich habe sie im Kampf herzlich wenig eingesetzt, aber das ist sicherlich nicht die Schuld des Spiels, sondern eher mein Problem. Die eigentliche erste Konfrontation mit den Vigors ist auf diesem Jahrmarkt ganz am Anfang, wo man den Teufel austreiben soll, indem man Feuer auf ihn schmeißt. Das ist etwas seltsam, ist ja nur das Element des Teufels, aber gut. Im selben Jahrmarkt gibt es dann auch direkt eine Tutorial-Einlage zum Schießen, für den Fall, dass man vergessen hat, wie man in einem Shooter schießt. Ich bin jetzt nicht unbedingt gut, also bitte kein Beispiel an mir nehmen, aber ich fand es eigentlich ganz nett, das ist mal eine andere Version von Tutorialen. Um den Charakter weiter zu individualisieren, den man hat, gibt es diese Gegenstände, die man überall in der Welt findet und die einem bestimmte Fertigkeiten verleihen. Die geben tatsächlich ein bisschen Freiheit im Spiel. Außerdem kann man noch seine Werte durch solche Fläschchen verbessern, die sich auch überall wiederfinden. Es stellt sich heraus, dass die Story letztlich darum geht, dass wir Elizabeth, das ist dieser NPC, entführen, um unsere eigene Schuld bei jemandem zu gleichen. Wie genau die aussieht, worum es da geht, etc. wird erst sehr, 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 sehr spät, auch nur sehr unzureichend und unzulänglich im Spiel erklärt. Und da stolpert Bioshock Infinite so ein bisschen darüber, eine unglaublich tolle Botschaft haben zu wollen, was meiner Meinung nach zu aufgesetzt und zu konstruiert wird. Als NPC hilft sie sehr hervorragend. Sie kann Risse in alternative Realitäten öffnen und zum Beispiel diesen Patrioten beschwören, der mit uns kämpft. An einem späteren Punkt, den wir gleich sehen werden, beschwört sie einen Riss in eine alternative Realität, wo wir auch durchgehen und dann verändert sich tatsächlich alles. Das ist ein bisschen verwirrend und wie gesagt, echt stark konstruiert und ein bisschen zu aufgesetzt. Es hätte das Spiel nicht unbedingt nötig gehabt, meiner Meinung nach. Besonders verwirrend wird es dann, als es um den Geist ihrer verstorbenen Mutter geht, mit dem wir dann auch konfrontiert werden. Auch da wieder Erklärungen zu rudern, ein bisschen seltsam. Besonders cool, was Elizabeth angeht, ist Songbird. Songbird ist ein riesiger, mechanischer Vogel, der sie beschützen soll und uns währenddessen halt eben immer wieder angreift. Elizabeth müssen wir immer wieder retten. Sie rennt uns weg oder wird entführt, wie zum Beispiel hier in dieser Irrenanstalt, die echt gruselig war. Also das war ein unangenehmer Moment. Und im Kämpfen, wenn sie denn da ist, wirft sie uns auch mal gerne Munition zu, was echt nützlich ist. Also ich habe das geliebt und Kämpfe ohne Elizabeth machen, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel Spaß. Man könnte argumentieren, okay, die sind schwieriger, so wie dieser Bosskampf, wo sie Gott sei Dank dabei ist, um ihr weiterhin Munition zuzuwerfen. Aber, ehrlich gesagt, ständige Wegrennen und im Kreis laufen und Rumgehüpfe etc. Ich fand's, ach, ich weiß nicht, der Kampf war ja müdend. Oftmals wenig spektakulär, auch wenn sie mit diesen tollen Rails da oben irgendwas machen wollten. Aber ich hasse Bosskämpfe. Oh Gott, ich hasse Bosskämpfe. Neben Bosskämpfen, die ich absolut nicht leiden kann, gab's noch andere verwirrende Dinge, wie die Thematisierung von Rassismus, das zwar zu der Zeit, in der er spielt in den USA und auch heute noch wirklich ein Problem darstellt und ein Thema ist, es passte atmosphärisch, aber irgendwie fand ich's dennoch seltsam. Ganz besonders im Rahmen fällt diese Szene, wo wir uns hinsetzen, anfangen Gitarre zu spielen, sie singt und gibt einem Kind einen Apfel. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was es soll. Keine Ahnung, vielleicht wollten sie der Voice-Actor-Tante einfach nur eine Stelle geben, wo sie ein bisschen singen konnte. Ich weiß es nicht. Das nächste sind die etwas leblosen NPCs. Also, die NPCs reagieren in keinster Weise auf unsere Anwesenheit, wir sind einfach nur da. In dieser Szene, ich weiß, es ist Absicht und die Bewegungen der Arbeiter sind auf das Takt-Ticken im Hintergrund abgestimmt, aber trotzdem, total komisch. Ganz besonders krass sind diese zwei, die die ganze Zeit im Wasser stehen und lachen, aber die Texturen haben nicht, die grinsen nicht mal. Die stehen einfach nur da und lachen. Man könnte mir jetzt vorwerfen, ich suche gezielt nach Dingen. Aber wer mein Dishonored Review gesehen hat, der wird womöglich wissen, dass ich mich wirklich an Kleinigkeiten stören kann. Und so komme ich jetzt zu dem Punkt, der mich am meisten genervt hat im kompletten Spiel und das ist die Art und Weise, wie dieser Mann versucht, Knöpfe zu drücken. Immer wieder so. Immer wieder so. Und mit dieser Videoschleife von Knopfdrückerei möchte ich mich verabschieden. Mein Name ist Olli, ich schreibe für creep.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bist. Sie haben mit 3 Tagen gelesen sein und mit 3 Tagen